Hallo und herzlich willkommen bei Häkeln mit Woldooser. In dem heutigen Video häkeln wir gemeinsam so Totenköpfer. Das ist vielleicht ideal so als Halloween-Dekoration oder halt auch so für Totenkopf-Fans. Kann man prima als eine Girlande zum Beispiel verwenden oder als einen Schlüsselanhänger oder einfach so als kleinen Anhänger mit so einer Luftmaschenkette dran. Wir häkeln das Ganze in Baumwolle, 50 Gramm auf 170 Meter. Ich verwende jetzt hier so einen Eierschalenton. Meins ist jetzt nicht ganz weiß. Könnt ihr natürlich auch weiß benutzen oder sonstige halt im Bund vielleicht geht das bestimmt auch ganz schön. Also wie gesagt, ich verwende jetzt halt hier so einen Eierschalenton. Und für diese Augen, für diese Blumenaugen verwende ich jetzt heute Lila und wir brauchen noch ein bisschen Schwarz. So, also alles Baumwolle, 50 Gramm auf 170 Meter. Wir häkeln das Ganze mit einer 2 Millimeter Häkelnadel und wir brauchen natürlich noch etwas Füllwatte, eine Nadel und eine Schere. So, wir beginnen das Ganze jetzt erstmal mit dem Hauptteil und wir starten das hier oben und häkeln nach unten. So, wir beginnen das Ganze jetzt hier mit einem Fadenring und häkeln in diesen 6 feste Maschen hinein. So, habt ihr das geschafft, dann ziehen wir uns den Fadenring zu und es geht jetzt weiter, indem wir jede Masche verdoppeln. Das bedeutet wieder, wir häkeln immer 2 feste Maschen in eine Masche hinein. Wir kommen dann auf eine Maschenanzahl von insgesamt 12. So, wenn ihr dann diese Runde geschafft habt, könnt ihr euch jetzt einen runden Markierungsfaden holen. Ich verwende jetzt hier mal hier gerade so ein, ja, ungefähr ca. 10 Zentimeter langes Stück andersfarbige Wolle und das legen wir uns einfach hier so dazwischen und das markiert uns jetzt jede Runde. Es geht jetzt weiter mit einer festen Masche, so, eine feste Masche und die nächste Masche wird wieder verdoppelt. Also hier wieder 2 feste Maschen in eine Masche häkeln, ja. Also, und das wiederholen wir immer wieder, also eine feste Masche und die nächste wieder verdoppeln. So, und wie gesagt, das wird immer wiederholt, bis wir hier an unserem Markierungsfaden angekommen sind. Und habt ihr diese Runde dann geschafft, wenn ihr hier hinten angekommen seid, holt ihr euch diesen Markierungsfaden und klappt den einfach so drüber. Und das machen wir nach jeder Runde, den klappen wir uns immer hin und her. So, es geht jetzt weiter mit 2 festen Maschen, 2 festen Maschen, 1, 2 und einer Verdopplung wieder. So, auch das immer wiederholend. Anschließend nach dieser Runde klappt ihr den Markierungsfaden wieder rum und es folgt die nächste Runde mit 3 festen Maschen und einer Verdopplung. Ich mache jetzt diese 2 Runden mal fertig, also bis ich diese jetzt hier mit diesen 2 festen Maschen 1 doppelt, immer wiederholend. Und die nächste mit 3 festen Maschen 1 Verdopplung, auch immer wiederholend, bis ich die fertig habe und dann melde ich mich gleich wieder. So, hier bin ich wieder zurück, also ich habe jetzt diese beiden Runden schon weitergearbeitet. Es folgen jetzt insgesamt 5 Runden nur feste Maschen, ja. Also das bedeutet, wir häkeln einfach in jede Masche hier eine feste Masche hinein und das Ganze machen wir jetzt insgesamt 5 Runden. Auch das mache ich jetzt schnell weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier bin ich wieder zurück, ich habe jetzt hier meine 5 Runden gehäkelt. Wir klappen uns jetzt erstmal hier den Markierungsfaden wieder rum und es geht jetzt weiter mit 3 festen Maschen. 1, 2, 3 festen Maschen und jetzt machen wir die erste Abnahme. Hierzu stechen wir in die nächste Masche ein, holen uns den Faden, halten hier so den Finger, das Ganze etwas fest, gehen in die nächste Masche rein, holen uns erneut hier den Faden, dass wir also jetzt 3 Schlaufen hier auf der Nadel haben und die maschen wir zusammen ab. Dann haben wir die erste Abnahme. Und das Ganze wiederholen wir jetzt immer wieder, also wieder 3 feste Maschen, 3 feste Maschen und wieder eine Abnahme rein, eine Schlaufe holen, festhalten in die nächste, nächste Schlaufe, dass wir wieder 3 haben und einmal abmaschen. Und das wiederholen wir jetzt bis zu unserem Rundenende, also immer 3 feste Maschen und eine Abnahme häkeln. Wenn ihr dann diese Runde geschafft habt, Markierungsfaden klar wieder rum und es geht weiter mit 2 festen Maschen, 2 festen Maschen und wieder eine Abnahme. Also immer 2 feste Maschen, eine Abnahme, auch immer das jetzt hier wiederholen in dieser Runde, bis wir hinten wieder an unserem Markierungsfaden angekommen sind. Diese Runde geschafft, kann man sich hier diesen Anfangsfaden von unserem Fadenring, den kann man ruhig so im Kopf hier so verschwinden lassen, einfach so reinlegen. So, es geht jetzt hier wieder weiter mit insgesamt 4 Runden nur festen Maschen. Also wir häkeln wieder in jede Masche, einfach eine feste Masche hinein und das Ganze machen wir jetzt 4 Runden lang. Auch das mache ich jetzt mal weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. Hier bin ich wieder zurück, ich habe jetzt meine 4 Runden gehäkelt. Es geht jetzt weiter mit einer festen Masche und einer Abnahme in dieser Runde. So, also immer eine feste Masche häkeln und eine Abnahme. Komplett, erst immer wiederholend, bis zu unserem Runden Ende. Wenn ihr das geschafft habt, stechen wir jetzt in die nächste Masche ein und ziehen uns einfach eine Kettmasche. So, wir schneiden uns den Faden jetzt ab. Lasst hier ein längeres Stück Faden, das brauchen wir noch zum Zunähen. So, den Markierungsfaden, den kann man jetzt rausziehen. So, und jetzt stopfen wir das Ganze mit Füllwatte aus. So, einfach hier schön mit Füllwatte das Ganze schön fest ausfüllen. Wenn ihr das dann schön fest hier ausgestopft habt mit der Füllwatte, machen wir uns, ja, dieses Stück Wolle in eine Nadel und jetzt halten wir uns einfach diese Öffnung so zusammen und nähen diese jetzt hier schön durch beide Seiten hier zusammen. So, das wölbt sich jetzt hier ja so ein bisschen. Dafür gehe ich jetzt immer hin, stehe ich dann einmal so um diese Ecke und dann komme ich erst mal mit der Nadel hier vorne wieder raus. Dann ziehen wir uns das ein bisschen und dann wird hier diese Rundung, das wird dann ein bisschen schöner. Also, da kann man hier prima das Ganze mit dem Faden hier ein bisschen ausgleichen. So, und schon sieht das Ganze ein bisschen schöner aus. So, wir vernähen uns dann hier noch den Faden. Ich steche das jetzt immer noch einmal so durch. So, und dann schneiden wir uns hier das Ganze ab. Und das ist jetzt schon unser Hauptteil. Wir machen jetzt weiter direkt mit den Augen. So, das legen wir erst mal auf die Seite. Dann beginnen wir das Ganze hier mit schwarz, machen uns einen Fadenring und häkeln in diesen Fadenring sechs feste Maschen hinein. So, sechs feste Maschen. Finger raus, Fadenring zuziehen. So. Wir schließen das Ganze jetzt zuerst zu einem Kreis, indem wir in die erste Masche einstechen und uns eine Kettemasche ziehen. Ja. So. Jetzt schneiden wir uns den schwarzen Faden ab und holen uns hier unsere Wunschfarbe dazu. So. So, die legen wir dann hier an und ziehen die jetzt erst mal einmal durch diese schwarze Schlaufe. So, es folgt eine Luftmasche und jetzt häkeln wir ein halbes Stäbchen hier in diese erste Masche hinein. So, ein halbes Stäbchen. Und es folgt eine Kettmasche genau in diese gleiche Masche, indem wir das halbe Stäbchen gehäkelt haben, noch eine Kettmasche rein. So, wir gehen jetzt mit einer Kettmasche hier rüber zur nächsten Masche. Also in die nächste Masche einfach einstechen und eine Kettmasche setzen. So. So gehen wir immer Masche für Masche 1 rüber, ja. So. Es geht weiter wieder mit einer Luftmasche. Es folgt wieder ein halbes Stäbchen in diese gleiche Masche hinein. So, ein halbes Stäbchen. Und wieder eine Kettmasche in die gleiche Masche hier unten. So, also eine Kettmasche. Und dann haben wir schon hier das zweite Blütenblatt. Wir gehen wieder mit einer Kettmasche in die nächste Masche hier rüber. So, dass wir also einen Schritt nebendran kommen. Dann eine Luftmasche und ein halbes Stäbchen wieder rein. So. Es folgt wieder eine Kettmasche. So. Und da haben wir schon das nächste Blütenblatt, ja. Also so wiederholen wir das Ganze hier rum, bis wir insgesamt sechs Blütenblätter haben. Also ich bleibe jetzt hier noch bei euch. Wieder eine Kettmasche, eine Luftmasche, ein halbes Stäbchen. So. Wieder eine Kettmasche. Und zum nächsten. Wieder mit einer Kettmasche, eine Luftmasche, ein halbes Stäbchen und eine Kettmasche in eine. So, da haben wir jetzt schon die fünfte und jetzt kommt noch die sechste. So, einmal. So, und wenn ihr dann hier hinten angekommen seid, setzen wir trotzdem hier noch eine Kettmasche in dieses erste Blütenblatt hier quasi, ja. Dann schließt sich das Ganze schöner. Auch hier solltet ihr wieder beim Abschneiden des Fadens etwas länger lassen, bevor ihr das hier durchzieht. Den brauchen wir noch zum späteren Annähen. So, ich gehe das jetzt immer hin, dass ich hier hinten diese Fäden von dem Farbwechsel und von unserem Schwarz, dass ich mir das erst alles schön gut stramm ziehe. Und dann schneide ich mir das hier einfach knappkantig ab. Das verschwindet nachher sowieso unten drunter. Also, das sieht man ja nicht mehr. Das braucht man nicht extra zu vernähen. So, das Ganze brauchen wir jetzt natürlich noch ein zweites Mal. Wenn ihr dann beide Augen hier fertig habt, holen wir uns jetzt unser Haupthäckelstück, also dieser Korb. Und jetzt nähen wir diese zwei Blumenaugen so im oberen Bereich, könnt ihr das so nebeneinander platziert, einmal rundherum mit diesem Faden annähen. Habt ihr dann beide Augen hier rundherum festgenäht, sticken wir jetzt noch den Rest von dem Gesicht auf. Dazu benutzen wir jetzt wieder unsere schwarze Baumwolle. Und dann stechen wir erstmal vom Hinterkopf so genau zwischen zwei Maschen ein mit unserem Faden. Und wir beginnen jetzt zuerst mit dieser Nasenhöhle. Da kommen wir hier vorne raus, unter den Augen. So, und dann könnt ihr euch an einem V orientieren. So also ein, ja, spiegelverkehrtes V halt. Und das klappt ganz gut, einfach so ein paar Striche setzen. Ich mache das jetzt immer so hier einen doppelten Strich und das Ganze dann hier ein bisschen versetzt. Das Ganze wiederholend. So, da haben wir schon die Nase. Oh, das geht direkt weiter mit dem Mund. Und dann gehen wir hier unten in dieses schmalere Teil. Stichen wir einmal hier ein. Setzen uns mit dem Faden hier einen großen Strich. So, na, und dann kommen wir hier etwas versetzt. So eine Reihe oben drüber am besten. Einmal raus. Ups. So, ja, dass wir hier rauskommen. Und dann kann man hier diese, ja, diese Querstriche oben drüber setzen. So, das kann man natürlich ganz so viele machen, wie man das gerne will. So, mir reichen jetzt drei. Das finde ich jetzt persönlich ganz schön. Und dann kommen wir, wenn wir fertig sind mit dem Mund, also mit dem ganzen Gesicht, kommen wir hier hinten wieder raus, wo wir eben eingestochen haben. Und dann kommen wir auch genau zwischen den Maschen, ne? So, da kommen wir raus. Und dann können wir uns nicht diese beiden Fäden super verknoten. So, am besten einen Doppelknoten setzen. So, und dann stechen wir mit der Nadel genau in den gleichen Zwischenraum wieder rein. Und dann kommen wir irgendwo beliebig raus und ziehen uns da ran. Da habt ihr jetzt schon gesehen, da geht automatisch dieser kleine Knoten, der verschwindet hier in unserem Häkelstück. So, den zweiten Faden auch noch schnell vernähen. So, einfach genau hier auch wieder in diesen gleichen Zwischenraum rein, ja? So, dann ziehen. Und dann haben wir das schon perfekt hier hinten zu. Und dann ist auch unser Totenkopf schon fertig. Den kann man sich jetzt noch so ein bisschen in Form drücken. Das klappt ganz gut. Und wie gesagt, ihr könnt das Ganze hier mit einer Luftmaschenkette zu einem Anhänger direkt formen. Oder macht einen Schlüsselring dran, ne? Oder sowas vielleicht. So als Taschenbaum, na, vielleicht auch ganz nett. Ja, also sind wirklich ruckzuck gehäkelt. Und es ist vielleicht eine ganz schöne Halloween-Dekoration. Und ich mache vielleicht mir daraus, also von den Köpfen, so ein bisschen mit meinem Blumenkranz, wo wir schon gehäkelt haben, will ich das gerne mal so ein bisschen austauschen. Ich denke, das passt ganz gut, wenn man dann ab und zu so Totenköpfe reinmacht. Wenn der Herbst kommt, ja? Da hat man schöne, ja, schöne Deko, ne? Ganz witzig. Ich hoffe, das Video hat euch wieder Spaß gemacht mit mir. Ich freue mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das ist kostenlos für euch. Und ihr verpasst keine Anleitungen mehr, wenn ihr diese Glocke oben noch aktiviert. Ja, und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis bald. Tschüss! 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 Tschüss!